Hey Freunde, weil bei euch so gut die Labyrinth-Videos ankommen, dachte ich mir, ich mach mal hier direkt wieder ein neues Labyrinth mit Dandy. Yeah, was geht ab? Was geht ab? Guck mal, was wir hier haben. Wir haben hier ein Spider-Man-Labyrinth. Ja, ich seh's. Wo man ein Labyrinth in dem Spider-Man baut. Und wir haben sogar eins von Venom, Leute. Oh, ich will Venom haben. Ich will Venom haben. Ah, okay. Und ich nehme dann aber Spider-Man. Und Leute, freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt in die Kommentare, um auch eingeblendet zu werden. Wie die ganzen anderen Kommentare hier. Und gib dem Neon Daumen noch um. Und Dandy, bist du bereit, ein Labyrinth zu bauen? Was ich nicht meistern. I'm ready. Also, man soll es schaffen, aber auch nicht zu hart sein, okay? Alles klar. Du wirst es nicht schaffen bei mir. Okay, okay. Wie fangen wir denn am besten an, Leute? Wie bauen wir das denn am besten? Fangen wir das erstmal hier so. So, ich hab schon eine ganz nice Idee, muss ich sagen. Ich mach erstmal das Labyrinth und dann die Fallen. Das ist immer besser, weil dann wartet man. Ja, safe. Auf jeden Fall. So. Dann macht man das so hin. Ich bin fertig. Was? Nein. Ich dachte schon, er wäre echt fertig. So, let's go, der Hase. Wird gehaset hier jetzt. Das, was ich mache, ist richtig brutal. Bei mir ist es halt so ein bisschen nicht so nice, weil Venom ist halt schwarz. Ich sehe das nur, also manchmal erkennt man nicht, wo man draufhaut. Ja, du kriegst das schon hin. So, das ist das Ziel hier bei mir. So. Das heißt, wir müssen das so machen, Leute. Dann machen wir das hier so. Und guckt mal, Leute. Guckt mal, wie gut das ist. Er wird das niemals herausfinden. Dann machen wir das. Fertig. 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 Guckt mal, Leute. Ich verstecke hier sogar sowas hier. Aber wir machen die Feinden erst zum Schluss, Leute. Ich habe schon zu viel gemacht. So, wir machen die Feinden erst mal zum Schluss. Erst mal das Labyrinth. Er ist ein Schafel mal zum Schluss. Ich mache immer das Labyrinth komplett fertig. So, das heißt, wenn er dann hier oben ist, muss er auch noch einmal... Wart mal. Wie machen wir das denn am besten? So. So, zack. Ich habe gar kein Konzept hier irgendwie. Ich baue einfach nur Gänge. Und das ist so. Jetzt gucke ich mir mal an, was ich hier fabriziert habe. So, da ist das Ziel. So, machen wir hier nochmal sowas hin. Wird da niemals drauf kommen, Leute. Er wird da echt niemals drauf kommen. Also, ich meine, wenn er es schafft, dann hat er richtig gut Glück gehabt. Wahrscheinlich. So. Nein, ich habe außerdem Erde weggemacht. Schon wieder Erde. Das heißt, er kann... Ui, 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 ui. Einmal hier lang gehen, Leute. So, kann er einmal hier, hier, hier. Und da ist dann zum Beispiel das hier. Da kann er hier hingehen. So. Und dann kann er einmal... Das lang gehen, Leute. Ich bin mit dem Labyrinth fertig. Also, so weit. Jetzt baue ich meine Pfeilen hin. Same. Also, ich bin auch gleich fertig, denke ich mal. Aber, mal sehen. So, dann machen wir da einen hin. Machen... Ne, da machen wir keinen hin. Machen hier einen hin. So, und jetzt fange ich an mit meinen Pfeilen. Erstmal muss ich natürlich hier das hier überall hin machen. Sonst... Ist das zu auffällig. Ich überlege gerade echt, wie ich das mache. Warum? Warum? Ja. Einfach so. Ach so. Meine Pfeilen sind sogar schon gleich fertig. Also, ich meine... Könntest du gleich mein Labyrinth schon laufen, Leute. Ja, ich bin auch gleich fertig. Lass mich kurz noch was machen. Also, ich mache jetzt die Pfeilen. So. Habt ihr eine Idee, in welchen Figuren wir mal ein Labyrinth bauen sollen? Figuren? Also, naja, Spider-Man. Ach so. Wir haben ja mal unseren Körper, also Dandy, Buffalo haben wir ja schon mal ein Labyrinth gemacht. In Hagiwagi, Kiss the Missy, Spider-Man. Schreibt es mal in die Kommentare, in welchen wir noch ein Labyrinth bauen sollen. So. So. Okay. Die erste Falle wurde platziert. Die erste Falle? Ja. So. Zack, 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 zack. Die erste Falle. Kann man überhaupt hier rein? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bei mir sind es sogar schon, äh, ich muss noch überall Gras platzieren, Leute. Weil sonst, ähm. Nein. Oh doch, Dandy. Diese Taktik machst du? Yep. Ich muss überall Gras platzieren, sonst, sonst, sonst ist das viel zu einfach. So. Zack, 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 zack. Einmal hier lang gehen, alles, Leute, zack, zack. Ups. Hier ist ein, das, das darf ich nicht sagen, was ich dahin gebaut habe, das soll eine Überraschung sein. Weil wenn Dandy das findet, so, es soll eine Überraschung sein, Leute. Boah, ich hab ne richtig gute Idee. Warum ne richtig gute Idee, so? Ähm, weil die gut ist. Ich hab, glaub ich, jetzt überall Gras hingemacht. Perfekt, und jetzt kommen die feinen, Leute. Oh, Buffalo. Ey, mach dich doch einfach ab. Oh, Buffalo. Warte doch einfach ab. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Äh, vielleicht ist es doch schlimm. Ähm, wie mach ich das jetzt mit den Lasern? Nee, gerade. Hä, warum kann ich das nicht dran platzieren? Hallo? Ah, jetzt hat's geklappt. Perfekt. Kann man die Laser nicht mit dem Hand platzieren? Doch, 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 das geht. Irgendwie musst du ein bisschen hin und her probieren. Ich hab's auch gerade geschafft. Ah, okay. Ah, okay. Hat ich hier nicht eine Falle platziert? Genau so, hier ist die Falle. Das ist der Laser. Oh, ho, 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 ho. Da kommt's der Weg. Komm mal. Das, 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 das. Kommt man da überhaupt durch? Ei, ei, ei. So. Machen wir uns so, Leute. Warte mal, kann man das? Kann man das überhaupt schaffen? Ja, kann man das schaffen zurück, okay. Hallo, Laser, lass mich doch mal platzieren, da. Okay. Dann kommst du hier durch. Bla, 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 bla. Oh mein Gott. Bla, 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 bla. Das ist auch sehr bla, 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 bla. Sehr gemein. Bla, 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 bla. Dann machen wir bla, bla, bla. So wie Danny, bla, 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 ne, Leute? Bla, 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 bla. Ähm. Jetzt machen wir hier eine Tür, eine saftig knaftige Tür. Und ich würde sagen, warte. Das heißt, man muss hier lang springen, Leute. Das wird aber richtig schwer. Und. Also eigentlich diese Türen hier, weil solche Türen ich meine. Ähm. Vielleicht. Haben wir die gerade? Ne, wie sagt man, haben wir die? Ja. Äh. Warte, ich such die mal kurz. Sind das die Türen? Nein. Du musst die selber bauen, die Tür. Achso, ja, egal. Dann egal. Okay, gut. Aber, ja, du hättest die selber bauen müssen mit so einem, äh. Das ist so ein, äh, Block, wo du dann das Material reinpackst. Okay, okay, alles gut. Ich hab' ne viel bessere Idee. Du hast ne viel bessere Idee? Ja. So. Leute. Dann. Haben wir hier noch. Was lustig ist. Ähm. Warte. Wir brauchen ne Tür. Wir brauchen ne Tür hier. So. Ähm. Zack, zack. Und, äh, eine Kiste. Ich bin auch grad, ich mach' jetzt auch gleich die Belohnung. Ja, ich mach' auch gerade die Belohnung. So. Ein, das, ein, das, das, das. So, meine Damen und Herren. Ihr, ich mach' jetzt die Belohnung und dann bin ich fertig. Guck mal, Leute. Was steht da, Leute? Guckt mal, Leute. Ich, ich werd's jetzt nicht vorlesen, was da steht. Aber ihr wisst, was, was da gemeint ist. So, dann kriegst du von mir. Puh, was gönne ich dir denn? Und hier drin kommt der Preis. Ich gönne dir. Was gönne ich denn dir mal? So. Ähm. Ich gönne dir. Puh. Einmal das gönne ich dir. Ich gönne dir. Schlecht, danke. Ja, ich sag doch nicht, was ich dir gönne. Das, das soll ein Geheimnis sein. Weil sonst, vielleicht machst du ja dann das nicht. Und dann. Ah, ich hab' gehört, du brauchst das Daffen mal was Neues. So, kriegst du hier. So. Das kriegst du neu. Mach' mal einmal hier. So. So. Und hier. Das mag Dandy auch ganz dolle. Das mag er ganz viel von Daffen. Da bin ich, da bin ich aber jetzt gespannt. Und Leute. Mein Labyrinth sollte fertig sein, glaube ich. Hab' ich noch irgendwas vergessen zu bauen, Leute? Oh ja, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Fast. 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 Mord. Null. So. Du hast hier drei Eingänge. Welcher Eingang wird richtig sein? Ähm. Puh. Ich geh' mal hier links erst mal. Ah, nee. Okay. Wofür? Alles gut. Noch harmlos, ne? Ja, noch harmlos. Okay. Hier ist ein Laser. Okay. Okay. Gut. Der erste Gang passt nicht. Aber welcher Gang von den beiden wird passen? Ich geh' mal hier lang. Okay, let's go. Der sieht richtig aus. Okay. Hä? Was ist das denn für ein Laufband? Der ist andersrum jetzt. Ah! Nein! 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 Geht's hier weiter? Musst du jetzt herausfinden. So, okay. Wir gehen noch mal lang, noch mal, Leute. Oh, mein Gott. Hier geht's nicht lang. Nee. Oh, das war falsch. Das war falsch. Oh, jetzt muss ich jetzt russpringen. Okay, du hast aber schon mal den richtigen Woppa. Das war knapp mal hinter dir. Ist ein Loch geschienen. Du hast reingefangen. Okay. Oh, das ist schwer bei mir. Ich bin richtig mies. Du siehst, was das angeht. So, okay. Ah! Eieieiei. Warum krieg ich den Scharn? Aua! Opa! Bufflömole. Ah, ich seh' es. Was siehst du? Oh, nein! Oh, nein. Ja, okay. Das heißt, bis nach ganz hinten. Schafft man das? Nein! Ja! Alle hab ich gemacht! Oh, Mann, das ist mies. Ich werfe aber extra keine Stöcker, weil das ist nicht fair. Ja, ja, okay. Okay, okay. Okay, okay. Boah, schafft man das eigentlich, was ich da gemacht habe? Okay, okay. Das ist echt mies. Aber man muss immer hier... Du hast nachgedacht, dass man hier so Lücken hat? Ah! Oh, Mist. Warte mal, ich hab vielleicht ne Idee, wie ich das mache. Komm. Ender mal ein bisschen was. Das ist zu heftig. Das ist echt sehr heftig. Aua, 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 aua! So, aber ich geh schon mal richtig, ne? Ja, ich hab die jetzt ein bisschen einfacher gemacht. So. Aber geht man da links lang oder rechts? Boah, das ist hart. Was glaubst du? Aua. Okay. Ich geh erstmal hier lang. Dann hier. Ne, hier geht's nicht lang. Hä? Warum ist die Obsidian? Ja. Wie machst du das jetzt weg, ne? Ist hier irgendwo ne... Aaaaah. Aaaaah. Das ist eigentlich voll schlau. Ist hier noch was versteckt? Okay. Ne. So. Heißt, ich muss jetzt Obsidian abbauen? Gut, dass du mir keine Holzspitzhacke gegeben hast. Ja. Okay, ich hab's geschafft, glaub ich. Ich krieg nur Erde? Nein. Ich hab dir was viel Besseres reingetan. Was denn? Guck mal hier drunter in der Kiste. Aaaaah. Oh. Er hat mich getrollt. War nicht schlecht, ne? Ja, das war ein richtig guter Troll. Ich hab echt gedacht, ich würde nur eine Erde bekommen. So, das heißt, jetzt ist Dandy dran mit dem Dings da. Okay, Spider-Man. Dann zeig mal, was du drauf hast. Oh nein! Ah, er ist direkt in das Loch gefallen. Okay, okay. Es beginnt. Oh, er ist schnell rüber gelaufen über das Loch. Oh mein Gott. Das ist machbar. Der lasert mich komplett... Der lasert mich komplett deletet, Buflö. Ja, das schaffst du aber. Ja. Oh. Bei mir hat's gehangen. Ja, aber ich bin drüber gekommen. Ah! Ist der böse? Ja, ist er. Eigentlich. Aber er greift nicht an. Warum greift er dich nicht an? Doch. Wie viel Schaden hat er? Warte. Der hat was getroppt? Ja. Dietrich. Der hat Dietrich gefallen lassen. Oh, du hast safe. Du hast, warte, 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 chill. Du hast hier irgendwie safe was gemacht. Ja, vielleicht hab ich was getan. Ach, Buflö. Was soll er denn? Das ist so mies. Ich glaub, ich werd mich aber sterben lassen, um schneller wieder zurückzukommen. Ja, hab ich auch überlegt. Vielleicht ist ja hier was. Aber hier, glaub ich, hier ist nix. Nee, du bist schon vorbeigelaufen. Schon lange vorbeigelaufen. Ich komm nicht mehr in die Lava rein. Ich komm nicht mehr in die Lava rein. Ah, ich komm nicht mehr in die Lava rein. Er kommt nicht mehr in die Lava rein. Und? Okay, okay, warte, chill. Ja, okay, okay. Naja, vielleicht findet er es. Opa. Äh. 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 Ähm. 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 Du hast gerade voll zufällig gefunden. Nein, der hat es zufällig gefunden. Nein, das ist nicht fair. Das ist eine Tür. Wie möchte ich hierher auf? Ist offen. Egal. Puh. Puh. Äh, okay, ich glaub ich rush das jetzt hier richtig easy. Ah, okay. Buffalo-Schlösser sind nicht so schwer zu knacken, von daher alles easy peasy lemon squeezy. Aber, aber ob das das Ende sein wird, das ist jetzt die Frage. Oh lolololol. Ich weiß hier wieder eine Tür irgendwo, warte, wo ist die? Ah, ist wieder eine Falle gefallen. Ah, warte. Vielleicht ist die auch woanders, vielleicht bist du falsch. Hm. Okay. Irgendwo? Ich glaube den Lasersprung schafft man da hinten nicht. So, der ist zu mies. Äh? Würdest du den hier schaffen? Nein, okay. Buffalo, das ist... Ah, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Oh mein Gott, ein Herz. Hä? Hä? Du hast die Tür zugemacht. Warte? Die Tür zugemacht. Sorry. Mir ist egal. Ja, okay, okay. Ähm. Hm. Hm, meinst du, man schafft den Sprung? Hm, ich weiß es nicht. Warte, ich kann den einen Laser wegmachen. Ja, den man schafft man. Man schafft den nicht. Ja, ich habe den einen Laser weggemacht. Weil ich glaube, das war es für mich. Man hat zu wenig Platz hier in diesem Labyrinth für Laser, glaube ich. Ja. Weil die zu viel Schaden machen, die Laser. Ja, habe ich das Gefühl, es ist noch ein Loch. Ich muss so eine Tür sein irgendwo. Warte mal. Ah, du warst schon bei der Tür eigentlich. Kann doch nicht sein. Hä, sicher? Ja. Du warst schon bei der Tür. Du hast es eigentlich schon gefunden. Du hast die Tür sogar schon aufgemacht. Was? Also, bin ich hier falsch? Ja, du bist hier falsch. Du hast die Tür sogar schon aufgemacht. Oh mein Gott. Du hast es nur nicht mitbekommen. Okay. Wo? Ach, hier ist eine Tür. Er hat sie zugemacht. Aber wie? Warte mal. Ah, du hast es, du hast es. Oh, Alter, war schwer. So schwer war das doch nicht. iPhone und ein Goldauflinchen. Kann ich nicht jetzt gerade gebrauchen bei den ganzen Fallen, Alter, die du mir gegeben hast. Aber Leute. Oh mein Gott. Welches Labyrinth fandet ihr am besten? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von so welchen Videos sehen wollt, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Schreibt mir das Kommentar. Schaut auch bei Danny vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.